Was ist der Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann? Ich glaube, für diese Frage kann man sehr, sehr unterschiedlich antworten. Bei uns, es gibt keinen Weihnachtsmann, bei uns heißt es Christkind. Und er ist eigentlich das Kind von Jesus, soweit ich es weiß. Und deswegen, dass es einen Weihnachtsmann gibt, das ist eher eine westliche, beziehungsweise eine Ami-Gewohnheit oder Kultur. Und deswegen, woher der Weihnachtsmann, ah, von Coca-Cola bestimmt. Ah, Finnland, Leute sagen, aus Finnland. Keine Ahnung, also das Kostüm ist aus der Coca-Cola-Werbung, das weiß ich noch. Vielleicht Israel, äh, ich weiß nicht. Bin ich sicher. Den Weihnachtsmann gibt es nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.